Apple Intelligence. AI ist jetzt Apple Intelligence. Das sind nicht mehr normale Artificialen, das ist Apple. Ist das eine gute Wahl? Weil ich habe das Gefühl, wenn das jetzt Mist ist und wenn es schief geht, dann fällt das ja auf Apple zurück. Ist das nicht schlecht? Ja, schon. Also es ist auf jeden Fall gewagt. Ich glaube, das kann man klar sagen. Ich war ein bisschen überrascht von dieser Namenswahl. Dass sie es tatsächlich dann benutzt haben, hat mich doch überrascht. Aber jetzt muss ich halt zeigen, wie viel Intelligenz da dann rausfällt aus dieser Apple Intelligenz. Alex, meinst du, die haben darüber nachgedacht mit Intelligenz, ob das eine gute Wahl ist? Das ist ein bold move, würde ich auch schon sagen. Also da seinen eigenen Namen mit reinzuflechten ist interessant. Also ich meine, vielleicht bewerten wir das auch zu hoch. Wenn Sachen floppen, kann man die immer irgendwie unter den Teppich kehren. Das ist schon nicht das Problem. Aber ich finde den Namen gut, weil er international funktioniert. Das ist ja so lustig bei englischen Namen, ist es manchmal einfach nicht sehr hilfreich, wenn die einfach in alle Märkte so gedrückt werden. Und ich glaube, mit dieser lustigen Anspielung auf AI, mit Apple Intelligence, das funktioniert sehr schön als Seitenhieb und auch ist allgemein verständlich. Und ich glaube, das ist eine Kombination, die ist gar nicht so unwichtig einfach. Also wenn du Begriffe hast, die einfach Leute nicht richtig aussprechen können oder halt auch nicht verstehen. So, ich glaube, das ist schwierig. Und hier hast du einen Begriff, der wird einfach weltweit, würde ich sagen, verstanden. Und das ist ein Mehrwert auf jeden Fall. Die Siri 1.0 war ja KI. Also keine Intelligenz. Clever. Es gab ja jetzt, weiß gar nicht, heute dieses Interview mit dem Herrn Cook. Und da hat er die Behauptung aufgestellt, dass Apple Intelligence natürlich nichts mit AI zu tun hat. Also rein zufällig sind zwei Anfangsbuchstaben erschienen und es war einfach logisch, die Funktion Apple Intelligence zu nennen. Ja, nein. Nur um das anzumerken. Ja. Zum Protokoll zu geben. Ja. Und was sie da nun zusammengesteckt haben, ist also das sind ja verschiedene Bestandteile. Sie schmeißen da auch viele, also das alte Siri waren ja auch 15 Sachen. Ja, das waren irgendwie, war Bildersuche, das war der Sprachassistent, das war irgendwelcher Murks. Und in das neue Ding schmeißen jetzt auch viele Sachen zusammen rein. Und als erstes Mal ist ja interessant, dass der Serie 1.0, dass der Lügenball, dass der tatsächlich tot ist. Ja, also sie haben tatsächlich auch ein anderes Interface. Oh, 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 oh. Der Lügenball. Der offiziell erklärte Bezeichnung des Lügenballs. Sehr neu. Sehr neu. Für mich auch. Ja, aber du hast ja, du hast ja gewusst, wenn du irgendwie, wenn du dein Telefon irgendwie ansprichst und da kommt der Ball, dann ist es gleich vorbei mit der Freude. Das ist so. Der Ball, der Ball. Ist der Lügenball nicht eher bei Chat, Chat, die die hier irgendwie integriert? Der auch. Bei Sirius eher so der Unwissenheitsball. Ne, aber auch so Lügenball so, ja, das Licht ist an. Ne, ist es nicht. Ist aber auch Unwissenheit. Ne, aber dass sie halt eine andere UI gewählt haben, dass also der ganze Rand vom Display irgendwie aufleuchtet und das halt markiert wird, dass du die Taste gedrückt hast, dass so eine kleine Beule ins Display reinkommt. Sehr lustig. Was nett aussieht, auch macht er auch auf der anderen Seite für die Lautstärke-Tasten macht er das auch und Action-Button habe ich jetzt nicht gesehen, aber vermutlich so ähnlich auch, ja. Ja, ja, macht er auch. Und wenn dann das nächste Telefon noch einen Action-Button mehr hat, dann hat es dann noch mehr irgendwie an der Seite lustig. Wenn das übernächste Telefon keine Buttons mehr hat, dann kannst du trotzdem sehen, was du gedrückt hast. Wenn das übernächste Telefon an den Seiten so 20 Buttons hat, dann kannst du da so, wie so ein Ziehharmoniker. Oh ja. Das ist nicht schlecht. Nein, aber wieso haben sie die, also war das sowieso geplant, diese neue UI da dran zu bauen? Oder ist das auch so ein Signal zu sagen, okay, nee, alte Siri-Ball ist weg und jetzt machen wir was Neues. Das funktioniert auch anders. Das hat, das ist das neue Anfang. Ja, ja, ja. Oder halt, sie hätten auch den Namen Siri killen können. Ja, ja, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Und ich glaube, ich hatte die Position vertreten, dass es Zeit wäre, diesen Namen irgendwie verschwinden zu lassen. Aber der ist wahrscheinlich einfach zu, dann doch irgendwie zu groß und mächtig und etabliert. Und wäre, glaube ich, auch gar nicht so einfach, den durch irgendwas anderes zu ersetzen oder ganz rauszunehmen. Weil ich glaube, Leute wissen, ich meine, das ist halt einfach so. Siri ist halt, wenn du irgendwas zu deinem iPhone sagst, dann ist irgendwie Siri involviert. Ich meine, diese anderen Geschichten, dass sie ja eben diese anderen KI oder ML-Funktionen oder wie auch immer du die nennen willst, die sie vorher drin hatten, die hatten sie ja dann irgendwann auch mal, hieß das nicht auch Siri-Intelligence zwischendurch mal? Also das war ja auch so ein Begriff, der mal durch die Ecke, um die Ecke gekommen ist und dann halt wieder verschwunden ist, weil keiner sich auf Siri-Intelligence einigen konnte. Aber jetzt ist ja Apple-Intelligence und Siri ist halt einfach ein Bestandteil davon. Also ich glaube, Siri ist als Marke vielleicht doch zu tief etabliert. Zu tief etabliert. Vor allen Dingen ist das der Begriff, den die Leute nutzen, um was auszulösen, nicht wahr? Zum Beispiel ich. Zum Beispiel du jetzt gerade. Und Apple-Intelligence ist ja nicht dafür gedacht, dass du das eben täglichen Gebrauch irgendwie benutzt oder so, sondern es muss verstanden werden, dass das so ein Sammelbegriff ist, so ein Überbegriff ist, wo sich halt verschiedene Dinge darunter sammeln. Das hilft in der Bezeichnung vielleicht, aber das ist nichts, was man benutzt. Und Siri als Benutzbegriff finde ich meine damalige Position immer noch halt sehr, sehr vernünftig, dass sie das beibehalten haben und jetzt nicht irgendwie neuen Namen drauf kleben, weil das hätte nichts gebracht letztendlich. Das ist ein hoher Marktwert, den das hat und der wird auch weiter einfach, der ist nicht so verbrannt, wie die Technikblase mal denkt. Und Intelligence auf Englisch ist halt auch so wie in CIA ist es halt auch so der Geheimdienst quasi, dass er ein bisschen mehr in diese Überwachungsecke reingeht, was Apple vielleicht auch eigentlich gar nicht implizieren möchte, weil sie ja gerade was dafür tun, dass das vielleicht so wirkt, als wäre das nicht so da reingebacken. Aber ja, sie hatten gesagt, sie machen bisher auf Siri machen sie 1,5 Milliarden Requests am Tag, also halt 500.000, 500 Millionen Timer, 500 Millionen Lampen ausgeschaltet und 500 Millionen Mal, wo halt Leute das Ding anfluchen. Also das ist vor allem 1,5 Milliarden. Also erstens wollte ich, habe ich aber vergessen, nochmal raussuchen, weil sie haben schon mal irgendeine Zahl von den täglichen Siri Requests fallen lassen und die war nicht viel niedriger. Also da weiß ich, ob sich da viel bewegt hat bei diesen Siri Requests. Und wenn du überlegst, dass halt da ja eine Milliardennutzerschaft dahinter steckt, sind 1,5 Milliarden Requests am Tag nicht so viel. Also jedes iPhone so einen am Tag. Ja. Und das heißt? Nix. Ja. Ja, also und dafür ist halt der ganze Krempel dran gebaut mit der immer laufenden Erkennung und dem Mikrofon, was da an ist auf der Watch, dass das hochheben und reinsprechen funktioniert. Es ist halt, es ist einfach nicht gut genug und der Nutzen war halt bisher nie da. Jetzt ist die Frage, ob sie da irgendwas dran machen können. Wir hatten gesehen, dass sie das Large Action Model, was sie dort auf Screenshots laufen lassen könnten, da haben sie das Forschungspaper rausgetan, aber das ist offensichtlich noch nicht so weit oder sie wollen es auch noch nicht machen. Das heißt, der Weg, wie sie jetzt da dran gehen, ist über das Intentsystem. Und das Intentsystem ist bisher von den eigenen Apps, ist das schon so vorhanden, dass Apple das selbst eingebaut hat, mehr schlecht als recht, aber auch so Third-Party-Apps konnten da bisher so in Richtung Shortcuts solche Aktionen ans System bekannt geben. Und da wollen sie jetzt weiter dran. Ich denke so, dass das U-Board, was sie eingebaut haben, ist halt, dass das in Control Center auch rausgelegt werden kann. Das heißt, Apps haben einen größeren Anreiz, das für Control Center zu bauen, so Tesla aufsperren oder Klimaanlage vom Ford ein- und ausschalten. Und wenn sie es dafür bauen, dann ist es gleichzeitig für das Intentsystem auch und für Shortcuts und für Siri zugänglich. Und was kannst du auch dann in der Dings nachschauen, in der Developer Keynote hinterher, was du dort eben für, du musst quasi so eine Funktionssignatur für das Ding angeben. Und sie haben so zwölf Blöcke, zwölf verschiedene Anwendungsgebiete für solche Sachen, haben sie vorgesehen, bis jetzt fertig sind zwei. Ja, also du kannst auch, jetzt als Entwickler kannst du nur für diese zwei Anwendungsgebiete irgendwas machen. Und was du dann dort angibst, was dann, es ist so, es ist im Grunde, es ist wie Automator, dass du, du kriegst so eine Box und in der Box, da hast du, oder so Yahoo Pipes, hast du so zwei Schläuche, die reingehen und dann gibt es einen Schlauch, der rauskommt. Und wenn das die Anwendung ist, zum Beispiel Foto, ja, und dann ist halt der, der, der Anwendungsfall, so Foto kommt oben rein oder Albumname kommt oben rein und unten kommen Fotos rausgefallen. Und du gibst als App, sagst du hier, diese, diese Schläuche kommen in die Box rein und aus meiner App kommt dann ein Schlauch mit einem Foto wieder raus und der gibt dann das Foto an Siri oder an Shortcuts oder an sonst was. Das hat bis jetzt nicht geklappt, das hat bis jetzt nicht gezogen. Bis jetzt hat das kein Schwein unterstützt. Und die Leute, die es unterstützt haben, bei denen hat es nicht richtig funktioniert, weil Shortcuts alle zwei Wochen kaputt geht und weil Siri kein Wort versteht. Und wenn du sagst, hier, hier, play Podcast so und so und der Podcast hat halt einen ausländischen Namen, der nicht zur Siri-Sprache passt, dann geh halt weg nach Hause und sonst wohin. Sie versuchen es jetzt über den Weg, aber wird es diesmal angenommen? Naja, das muss sich halt beweisen, weil wir können es ja leider noch in keinster Weise ausprobieren und damit ist das halt offen. Auf der anderen Seite kann man, glaube ich, bei den anderen Sprachmodellen, die so durch die Gegend fleuchten, ja ganz gut sehen, dass man sich sehr wohl mit denen unterhalten kann und die zumindest so tun, als könnten sie sinnvollere Antworten liefern. Und die Frage ist halt vor allem, ob halt diese Flexibilität, die sie da auf der Keynote versprochen haben, ob die halt dann wirklich der Fall sein wird. Also wenn du dich halt dreimal verhaspelst bei deiner Siri-Eingabe und irgendwas anderes immer erzählst, ob das dann alles funktioniert. Das ist ja die eine Stufe, wo Siri ja jetzt super unflexibel ist und natürlich dann Sachen irgendwie auch zu verknüpfen und dann halt auch am Schluss irgendeine Aktion halt auszuführen. Aber das wird ein langer Weg dahin. Also ich meine, das sind ja Sachen, die auch erst nächstes Jahr zum Großteil überhaupt kommen sollen und wir vielleicht davon, weiß nicht, wie viel wir davon überhaupt dieses Jahr schon sehen werden. Und halt sowieso erst mal nur auf Englisch, andere Sprachen dauern noch länger und also alles sehr, sehr früh, was auch dafür spricht, dass sie einfach komplett überrumpelt worden sind. Und das ist halt, woran haben sie denn gearbeitet letztes Jahr? Nur an der Vision Pro oder nur an dem Auto oder nur an der EU-Umsetzung, DMA-Quatsch? War das alles nur so? Ja, also am Auto hoffentlich nicht so viel, aber an den anderen Sachen wird sicher, da wird sicher viel Zeit reingeflossen sein. Ich habe jetzt auch mal die ersten Videos durchgeklickt in der Developer-App, was sie so an Sessions bereitgestellt haben. Da ist nix. Da ist nix. Da ist einfach gähnende Leere, ist da. Ja, so irgendwie neu in Wallet. Ja, du kannst jetzt bei einem Pass kannst du jetzt irgendwie so eine Karte reinkleben. Okay, das ist auch alles cool und so, aber es ist sehr, sehr wenig. Das ist einfach so, als wäre da das letzte Jahr niemand zu Hause gewesen. Es ist halt, es ist ein bisschen ungewöhnlich, weil ich meine, wir haben das in den letzten Jahren schon gesehen, dass ja immer mehr Features, die vorgestellt wurden, sich halt auch über den ganzen Zeitraum der einen Firmware-Version gezogen haben sollen. Aber jetzt hat man definitiv das Gefühl, dass man Sachen präsentiert hat, man hätte es ein bisschen deutlicher sagen sollen, aber die ganz klar einfach nicht für nur herbstbestimmt sind, sondern immer later this year ist noch die positivste Ausdrucksweise, die ganz häufig gefallen ist. Oder halt next year. Das heißt, ja, also auch later this year würde ich oft in diese next year Kategorie stecken. Und weitere Sprachen, next year heißt halt Deutsch iOS 19. Ja, es ist, muss man, also ich meine, wir haben, also früher könnte man Apple auch vorwerfen, weißt du, sie geben nicht genug Ausblick. Das war definitiv jetzt in der WWDC, der hat, das ist einfach, die haben sich da ein paar Jahre Arbeit einfach aufgetan. Das muss man ernsthaft sagen. Also, und daher ist es gar nicht so, ich finde es nicht schlecht, aber, also ich würde nicht daraus schließen, dass sie jetzt so hinterher sind, sie nicht, weil ich glaube, es sind ernsthaft noch frühe Tage. Sie haben sich halt jetzt mal ein System überlegt, wie sie es angehen wollen. Und das finde ich ganz clever. Und sie sitzen halt am sehr langen Hebel, dass sie diese Geräte und diese Software selbst unter Kontrolle haben. Und daher, ich gebe dir wahrscheinlich recht, das ist eher spät dort aufgeschlagen bei Apple, aber es ist jetzt definitiv durch die ganze Firma hat sich das Thema gefressen und ich glaube, sie sind nicht zu spät deshalb. Ja, was heißt zu spät? Wann ist denn zu spät, zu spät? Also irgendwie war Palm zu spät und ist deswegen gescheitert. Nee, das hätte sich schon auch ausgekaspert, wenn ich HP den Stecker gezogen hätte oder so. Also was ist denn zu spät in der IT? Zu spät ist ja am Schluss dann, wenn du wirklich spät bist und dann auch noch ein schlechtes Produkt irgendwie mit rauslieferst. Und ich glaube, das ist so eins der Probleme, warum Apple an der Stelle gar nicht so schnell reagieren kann, wie sie gerne wollten oder wie wir es erwarten würden. Weil was wäre denn die, also nehmen wir mal an, Apple wäre ganz vorne mit dabei gewesen und hätte sich von vornherein gesagt, okay, wir schmeißen jetzt GPT-3.5 Turbo in Siri rein. letztes Jahr. Dann wären plötzlich alle, alle Siri-Anfragen durch JetGPT durchgerannt. Klar hätte man da irgendwas schnell zusammenhacken können, dass es vielleicht doch irgendwie On-Prem bei, bei Apple läuft. Aber das wäre nicht so gewesen, wie Apple das will slash verkaufen will. Weil die Geschichte, die sie uns ja erzählen wollen, ist, pass mal auf, wir haben Chips, die sind schnell genug, dass sie, dass sie diese, dass sie diese Models auf ihren eigenen Chips laufen lassen können. Und gleichzeitig haben wir eine Lösung gebaut, wie wir Extended-Sachen bei uns laufen lassen können. Und dann, wenn du wirklich noch Bock hast, kannst du da noch JetGPT dran klemmen, wenn dir das alles nicht geil genug ist. Aber dieses Zwiebel, diese Zwiebel-AI, die sie da bauen mussten oder der Meinung sind, dass sie sie bauen mussten, die war halt nötig, damit sie, damit sie halt weiterhin sagen können, wir machen das, wir machen das datensparsam. Und ist wahrscheinlich auch richtig so. Und deswegen müssen sie, also, so hätten sie es sicherlich nicht machen wollen, dass sie sagen müssen, oh ja, also wir haben da jetzt was und das kommt irgendwann mal. Aber was sollen sie denn machen? Sie können ja jetzt nicht noch ein halbes Jahr dann oder noch ein Jahr sagen, nichts, AI kennen wir gar nicht, das Ding. Und dann plötzlich in 2025 mit Apple Intelligence um die Ecke kommen. Es ist echt ein interessanter Spagat, also, weil diese Ankündigung, ich meine, wir sprechen über den zweiten Teil der Präsentation jetzt. Und der war ja alles irgendwie so Apple-Zeug. Und dann ganz am Ende kam irgendwie so, ach so, wir haben auch JetGPT übrigens. Und das war so dahinter gehängt. Und ich glaube, viele Leute haben auch dadurch, ich weiß nicht, ob es clever war, die Position zu wählen. Weil ich glaube, viele Leute haben den Eindruck so irgendwie, das ist dann alles JetGPT oder so. Aber das war eigentlich nur so eine Zusatzleistung. Also so eine, du könntest auch, wenn du wolltest, aber du musst nicht. Wir haben auch, das ist unser Zeug. Und wenn ich eben über das Spätsein angesprochen habe, dann geht es mir natürlich um dieses Narrativ irgendwie, Apple ist spät dran und verpasst den Zug und so weiter. Und ich glaube, ja, die sind sicherlich nicht irgendwie da hier die Ersten gewesen. Aber ich glaube, es ist halt was anderes, spät dran zu sein. Weil spät dran bedeutet dann irgendwie für mich, naja, du verpasst wirklich was und du wirst abgehängt etc. Und ich glaube, es hat keine so negativen Konsequenzen, sondern in dem Fall hat es sogar eventuell Vorteile. Sie haben sie halt, alle anderen Firmen haben sich die Finger verbrannt erst mal. Und Apple kam jetzt mit einer Strategie, die auf den ersten, also beim ersten Mal anschauen hat, den zweiten Teil der Keynote, schwierig. Also ich fand es echt schwierig. Ich musste ihn zweimal schauen, um halt die Unterschiede auch zu verstehen. Weil die haben das sehr viel. Das war super dense irgendwie. Und es war super vage, das müssen wir auch mal sagen. Also es war irgendwie so, ja, da schicken wir mal was an den Server. Was ist eigentlich ein Server? So Fragen, wo du denkst, okay, weiß ich nicht, ob die jetzt da gerade auf einer WWDC-Kino so irgendwie beantwortet werden müssen. Aber es war sehr viel und es ist immer noch alles so ein bisschen mysteriös und ist natürlich nichts fertig. Das ist natürlich klar. Oder das war abzusehen. Es ist noch sehr früh alles. Und ich glaube, es folgen keine negativen Konkurrenzen daraus, dass sie jetzt damit um die Ecke kommen. Es gab früher solche Geschichten, wo Apple so zu spät dran war, in Anführungszeichen, oder nicht dem Markt hinterher gejoggt ist. So irgendwie Ultra-Books oder so ein, wie hießen die, Mini-PCs, irgendwie so ein Kram. So sehr kleine, sehr dicke Notebooks. Wie hießen die denn? Net-Books. Net-Books. Net-Books, genau. Sehr gut. Nee, ganz schrecklich. War halt im Endeffekt nicht so gut, sondern sie sind da mit dem MacBook Air gekommen und jetzt sehen alle Laptops aus wie ein MacBook Air. Okay, da hatten sie recht. Aber da waren sie auch nicht so richtig, richtig unter Druck irgendwie. Ja, da hatten sie auch Zeit. Das hat auch lange gedauert und da in der Zwischenzeit gab es halt das Geschrei. Aber jetzt, wir sehen ja daran, dass die Chips offensichtlich unterdimensioniert sind und dass vor allem auch die RAM-Ausstattung von den ganzen Kisten unterdimensioniert ist und dass sie jetzt erst ab dem M1 und dem A17 Pro anfangen, da auf die Dinger drauf zu gehen, dass sie halt damit auch überhaupt nicht gerechnet haben, weil die Hardware-Entwicklung, die ist langwieriger. Da brauchen sie länger Zeit, um solche Sachen auszuplanen. Jetzt sehen wir auch, dass die Xcode-Funktion, dass die halt erst ab 16 GB RAM in dem Mac funktioniert, diese Autocomplete-Funktion von der Lokale. Und das halt schlecht, weil sie haben halt jetzt lange Zeit und bis heute verkaufen sie so ein Basis-MacBook Pro mit 8 GB RAM und das ist halt schlecht. Ja, und dann kannst du halt, also ich meine, das ist, kaufst du halt, also wenn du ernsthaft Xcode machen wolltest, hast du sowieso einen mit 16 gekauft, weil das war eh schon schlecht mit 8, aber trotzdem wirkt das so, als hätten sie da halt nicht damit gerechnet. Dieser ganze Chat-GPT-Blog in der Keynote, der wirkt auch so reingestückelt. Also man könnte den so nehmen und rausziehen aus der Timeline und da einen anderen reinsetzen. Ja. Ich bin nicht mal sicher, ob er genau am gleichen Tag aufgenommen worden ist. Ich habe mir das Hemd angeschaut vom Crack. Ja, sehr gut. Der Kragen liegt so ein bisschen, wenn man genau, vielleicht man könnte meinen, das haben sie nachträglich, der ganze Block, den kann man so rausnehmen und durch Gemini ersetzen zum Beispiel. Da gab es so ein paar Schnitte, die waren super ungewöhnlich irgendwie so, wo auch dann nochmal auf die Leinwand geschnitten wird, wo dann irgendwie nur, weißt du, Chat-GPD steht und er sagt irgendwas, wo du irgendwie sagst, das ist doch kein natürlicher Cut. Also das, das, ja, ja, also das war sehr auffällig, fand ich auch. Und in dem Video sind noch zwei andere, zwei, drei andere so Schnitte drin, die ungewöhnlich sind. Also an ganz anderen Stellen, wo jetzt nichts zu verstecken gewesen wäre, aber wo es halt vielleicht einfach nicht funktioniert hat, was sie zeigen wollten oder so. So, wo er zum Beispiel die Icons zusammensammelt und den Homescreen neu arrangiert, da fehlt einfach so, oder auch so, dass du siehst, wie er den, wie heißt das dann, das iPhone-Mirroring fernbedient mit dem Trackpad. Das fehlt einfach, das sieht man nicht. Das wäre sehr gut gewesen zu sehen, aber man sieht das nicht. Das ist so, okay, whatever. Die Intent-Geschichte, nochmal auf die zurückzukommen. Also du hast, also das System hat ein grundlegendes, sie sagen ein Foundation-Model, ein Large-Language-Model, was grundsätzlich mal sich darum kümmert, Sprache grundsätzlich zu verstehen und ausgeben zu können, okay. Und dann haben sie Adapter für verschiedene Funktionen, die da oben drauf gesteckt werden, weil sie auch nicht alles von dem Ding im RAM halten können. Und sowieso ist das ganze, ist das ganze Modell auf 4-Bit runtergedampft, damit es halt auf den kleineren Chips auch laufen kann. Und das ist, das ist auch eine Frage, so alle alten iPhones bleiben bei der alten, dummen Siri, da bleibt der Ball, ja. Und die Homeports? Unklar, unklar. Ja, und sehr unklar alles, was die Konsequenz von dieser Architektur ist, die sie sich da ausgedacht haben. Weil das ist ja offensichtlich ein zusammengehöriges Paket, also On-Device plus Cloud und nicht einfach die alten iPhones fallen dann halt einfach auf Cloud zurück, weil die alten iPhones können ja auch mit ChatGPT sprechen, aber sie können es halt nicht bei Apple Intelligence, weil sie offensichtlich kein Apple Intelligence bekommen. Und was das halt für Siri bedeutet, das ist mir besonders unklar, weil das heißt eigentlich in letzter Konsequenz, dass Siri einfach genauso bleibt, wie sie jetzt ist auf den alten Geräten. Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Der Gruber hat heute gesagt, diese Keynote war in zwei Teile, weil der erste Teil, alles was um iOS 18, iPadOS 18 sich dreht. iPadOS was? Was? iPadOS was? Kam iPadOS in die Keynote? Ja, ja, Entschuldigung, iPadOS war ein großes Thema. Kam das vor? Es war enttäuschend. Ich brauche mal nicht drum herumreden, können wir gleich drüber reden. Ich hatte recht, leider. Das ist der erste Teil, alles was das neue iOS Update angeht, halt irgendwie auf alle Geräte, die iOS unterstützen. Und dass Apple Intelligent, der zweite Teil, diese höheren Geräteanforderungen hat. Und Siri war ja in beide Teile eingeflochten. Also taucht ja überall auf, mehr oder weniger. Also ich gehe auch schon davon aus, dass sie die, das ist keine Ahnung, Fragen nach dem Guide, wie sagt man, dem Handbuch vom iPhone und so weiter, dass sie diese Fragen auf allen Geräten beantworten kann. Aber es gibt sicherlich Teile, da wo dann wirklich da irgendwo Apple Intelligence genutzt wird, die dann nicht dort laufen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass HomePod und Co. bei der alten Siri bleibt. Bei der Siri, wie wir sie jetzt kennen. Die alte Siri, und das tut mir leid, wenn wir heute das Ding dutzendweise auslösen. Ich meine, in der Keynote haben sie immer so einen Soundfilter auf den Begriff drauf. Deswegen klingt es in dieser Keynote sehr oft sehr schief, weil immer wenn sie das Wort sagen, da ist so ein Filter drauf, was so ein bisschen, es hört sich so ein bisschen an wie so ein Phasingfilter, das da so was drauf gelegt wird. Und auch meistens auf die Silbe danach noch. Deswegen ist immer Siri und das folgende Wort ist dann noch so in dem Filter drin. Deswegen klingt es bei diesem Mal sehr viel schief. Auf was wollte ich raus? Ich habe meinen Faden verloren. Ach so, die alte Siri. Davon gibt es ja auch fünf Stück. Auf der Watch, im Carplay, auf dem Telefon, auf dem HomePod, auf dem Apple TV. Und alle sind unterschiedlich dumm. Und weigern sich irgendwelche Sachen. Oder auch diese Personenerkennung habe ich noch nie in echt gesehen. Ich weiß nicht, Alex hat sich neulich beschwert, dass das nicht funktioniert. Ein Hörer hat neulich gesagt, wegen Privacy hat er seine ganzen Alexen rausgeschmissen. Und jetzt beschwert sich die Frau und die Kinder, weil die HomePods nichts mehr wissen. So, wie macht die Kuh? Ja, keine Ahnung, frag mal das iPhone. Ich habe das hier im Web gefunden. Und dann fragst du das gleiche auf dem iPhone und da kommt es rausgefallen. Ja, also das ist so. Was passiert denn in Zukunft, wenn du diese Frage an Siri richtest? Sag sie dann, möchtest du ChatGPT vielleicht dazu befragen? Und dann leitet sie diese super banale Anfrage an ChatGPT weiter. Und dann kommt von ChatGPT so ein Soundfile zurück und macht muh. Ja. Das ist so blöd. Das gibt es überhaupt nicht. Das ist einfach saublöd. Und dafür stehen irgendwo riesige Rechenzentren, die einfach so Strom durchfressen. Und nebendran ist so ein Kohlekraftwerk, wo so riesige Bagger so Erdlöcher graben. Und was? Kühl werden verbrannt wahrscheinlich. Die Kühe, die stehen so auf der Wiese vor dem Kohlekraftwerk. Die werden weggemagert. Nee, das Problem ist halt, dass Apple die Homeports gebracht hat und sich voll auf Siri verlassen hat auf den Homeports. Und das war halt nix. Aber sie verkaufen dir trotzdem weiter diese Homeports. Und die sind auch so für Airplay okay und alles. Und wenn sie am Apple TV dranhängen, kann man noch drüber diskutieren. Aber die Sprachbedienung ist halt Müll. Und das ist halt, kann einfach nicht sein. Und sie haben das halt geschippt, die haben die Lautsprecher geschippt. Und die haben dann danach an dem Sprachassistenten fast nix gemacht. Und das geht halt nicht. Ja, ist richtig. Und es ist halt komisch, weil die Frage ist halt, wo jetzt diese Lösung herkommen soll. Und ich meine, vielleicht, es ist ja durchaus denkbar, dass wir, das wird natürlich Teil, wobei es ja schwierig sich vorstellbar ist, wie zum Beispiel auf einem Homeport-Lokal halt das ganze KI-Modell laufen soll. Oder das Foundation-Modell mit irgendwie einer Anpassung, die halt reicht für Siri. Wo soll denn, also ich meine... Nicht auf dem Watch-Chip, der da drin steckt. Ja, Watch ist dasselbe. Watch ist natürlich ein ähnliches Problem oder dasselbe Problem wie beim Homeport. Also das ist wahrscheinlich was, was auf absehbare Zeit nicht einfach lösbar wird. Und wir sehen halt jetzt an den neuen Chips, wenn da neue Chips kommen, wie viel Vorlaufzeit brauchen sie, um da viel mehr RAM und viel mehr Neural Engine reinzustecken. Wenn jetzt der A18 Pro daherkommt und der hat irgendwie, jedes iPhone kommt dann mit 24 Gig RAM, dann wissen wir, okay, da war der Zeitpunkt gekommen. Aber das wollen sie auch nicht bezahlen, die 24 Gig. Ja, und das ist ja immer noch, ist das so eine Wette auf die Zukunft, ob das ein wirklich großes Ding wird. Das ist halt jetzt der Hype der Woche, die AI-Geschichte. Ich denke schon, dass die auch bleibt. Aber es ist halt, wenn du es lokal machen willst, wie Apple das grundsätzlich machen möchte, frisst es halt RAM und Performance und Batteriekraft weg. Und du siehst ja auch, wenn du irgendwie deinen Whisper auf dem MacBook oder sowas laufen lässt, der pustet dann schon. Weil wenn das ein bisschen mehr Zeug ist, dann braucht der da schon auch ein bisschen Strom dafür. Und wahrscheinlich werden die meisten, jetzt KI-Interaktionen werden wahrscheinlich sehr, sehr kurz sein. Ja, also wenn du halt fragst, wo ist denn die E-Mail von dem PDF mit meiner Mutter, von ihrem Flug, ihre irgendwas, das ist halt auch in fünf Sekunden erledigt. Dann ist da kurz Strom und dann ist es wieder gut. Ja, es ist halt mit, also es ist halt nicht so ein Ding wie jetzt immer bei der Fotomediathek, dass der halt alle Fotos nach dem Neuinstallieren vom iPhone sich aus der Wolke zieht, alle Gesichter erkennt und dann drei Nächte lang heiß auf dem Charger liegt. Ja. Das ist nochmal was anderes. Ja. Sie haben, ich meine so die offensichtlichen Sachen haben sie ja auch abgedeckt, die jetzt über das Zeug hinausgehen. Das ist nämlich, also zum einen, dass sie eben den Index von den Daten, auf denen sie arbeiten, der kommt tatsächlich jetzt erstmal hauptsächlich aus den Apple eigenen Apps. Ja, also die Fotos, die E-Mails, die iMessages, die du dort drin hast, deine Kalender, deine Kontakte und diese ganzen Dinge, wo sie halt lokal auf dem Ding rechnen können. Was sie, und das haben wir ja bisher auch, also ich meine bisher konntest du ja auch in die Spotlight-Suche gehen, da irgendwas rein tippen oder rein diktieren und dann hat er ja auch den lokalen Daten gesucht und da war auch zwischendurch mal irgendwas von der einen oder anderen exotischen App dabei, wo halt Overcast seine Podcast dort reingespendet hat. Aber das hat halt keiner gemacht. Also wenige Apps machen das. Wenige, ja. Ja? Ja, na ja. Bisher war es möglich und dieses Angebot an die Developer wurde wenig angenommen. Und vielleicht ist das jetzt eben, wie gesagt, durch die Control-Center-Integration ein bisschen interessanter, dass da mehr Developer ihre Daten auch wieder rausgeben. Aber ich sehe jetzt zum Beispiel nicht, dass halt Signal da die Daten, die die Chats ins System rausliefern möchte. Ja, das ist halt, Signal ist halt ein gutes Beispiel, weil die werden das ziemlich sicher nicht wollen und die Nutzer wahrscheinlich auch nicht. Und das ist halt die ganze Problematik, die natürlich auch dahinter klemmt, womit es dann am Schluss halt wirklich, mit welchen Datensätzen es am Schluss wirklich funktioniert oder mit welchen Datensätzen halt dieser Index erstellt werden kann, der halt dir dann diese nützlichen Funktionen am Schluss ja erst liefern soll. Und der Witz ist ja, und das haben wir ja jetzt auch schon immer wieder gesehen, solange das halt nur mit Apples eigenen Apps funktioniert, was ja jetzt bei Siri-Intelligence ja auch der Fall war, dass du praktisch, das ging halt, wenn du Apple-Mail benutzt hast und wenn du halt Apple-Kalender benutzt hast und wenn du... Am besten noch ein Apple-Eigene iCloud-Account. Ja, genau, also wirklich so das komplette Paket praktisch wirklich einfach in dieser Welt eins zu eins drin geblieben bist, dann haben manche Sachen davon ja funktioniert. Also da waren ja auch Flugbuchungen und Kalendereinträge und Telefonnummer in E-Mail gefunden und solche Geschichten. Das hat ja durchaus funktioniert, selten, ist vielleicht nicht so oft in Erscheinung getreten, aber wenn, ging das schon, aber ja, die Voraussetzung ist halt, dass du dann das komplette Paket da benutzen musst. Ist halt auch, also man könnte sagen, es ist auch ein schöner Login, also es ist halt, also vielleicht übertrieben, aber letztendlich fängt Apple natürlich bei seinen eigenen Apps an. Wenn Mail irgendwie eine, ich erinnere mich später an diese E-Mail-Funktion bekommt, dann funktioniert die im Moment nicht auf jedem E-Mail-Account, sondern funktioniert halt auf Apple, ja, was ist denn, Apple-Mail, Apple-iCloud-Mail-Zeug, Gedöns. Die funktioniert noch nicht mal auf Apple-iCloud-Mail-Zeug, weil diese verdammte Apple-Mail-Erinnerung einfach überhaupt nicht funktioniert. Sie soll, sie soll, nur wenn, dann überhaupt nur dort funktionieren. Also nicht, wenn du da irgendwie mit dem Gmail-Account ankommst, selbst wenn der in Apple-Mail hinterlegt ist. Das hätte auch schon mal vor vier Jahren funktionieren sollen. Da haben sie auch behauptet, dass Siri das Keyword this erkennen würde. Da solltest du eigentlich sagen können, wenn du auf einer Notiz bist, dann solltest du sagen können, erinnere mich an dieses da und dann hättet ihr einen Link in die Reminder rein. Auf Englisch ist das halt funktionsfähig, das funktioniert halt sehr, sehr gut. Ja, nicht immer. Also für viele verschiedene Dinge, aber halt nur auf Englisch, meines Erachtens. Das kommt noch oben drauf. Also wenn es mal überhaupt irgendwo funktioniert, dann auf Englisch in einem Jahr auf Deutsch, vergiss es. Das ist sehr. Ich meine, was habe ich noch? Ich habe irgendwann, was war das, australisches Englisch oder so? Dass das auf australisches Englisch sehr allergisch war und überhaupt nicht reagieren wollte und dass dann die Australier so einen Fake-Ami-Akzent sich zugelegt haben. Das ist sehr lustig. Ich meine, das ist wie mit irischen Mitmenschen, die auch niemand versteht. Gut, aber da kann man auch echt nichts machen. Ja, gut. Jetzt abgesehen von dem Sprachassistenten haben sie ja noch mehr reingeklebt und da ist, also ich meine, wenn man sich die restliche Industrie so anschaut, ist ja auch klar, was da so mit Text grundsätzlich mit diesen Sprachmodellen funktioniert. Das ist auch nochmal eine andere Diskussion, so wurde auch der Google-Chefe gefragt, so vom Partell, so was heißt jetzt Sprachverstehen, ist das gleich Intelligenz oder ist das einfach nur sprechen können? Weil man kann ja auch sprechen können und es ist keinerlei Intelligenz dahinter. Das ist ja, haben wir ja bei den Modellen auch gesehen, dass da viel, keine Intelligenz dahinter steckt. Aber also halt so diese Textersetzungsfunktionen und Summary-Funktionen, dass du halt irgendwie eine E-Mail reinsteckst und der macht ein Summary draus oder steckst unhöflichen Text rein und dann kommt höflicher Text möglicherweise rausgefallen, so wie Grammarly oder hier Sponsor Language Tool, solche Sachen, die sind ja durchaus verbreitet. Und ich meine, wenn ich so sehe, was ich für E-Mails bekomme, es kann auch nicht schaden, wenn da mal jemand drüber lesen würde, der… Ja, 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 okay, ja, also ja, also abgesehen von der, ich wollte jetzt nicht über deine Inbox sprechen, aber diese Beispiele, die Apple gezeigt hat, weil das ist ein guter Stichpunkt, die Beispiele, die sie gezeigt haben, dieser E-Mails, die waren alle, nach dem KI-Eingriff, waren die alle schlimmer als vorher. Ja, also das schlimmste Beispiel war die Medienstudentin, die sich offensichtlich, Journalismus- und Medienstudentin unterschrieben, die offensichtlich keine E-Mails schreiben konnte und dann wurde diese E-Mail von KI verbessert und war ein solches Desaster, dass du kotzen wolltest, wenn du die gelesen hast. Ich glaube, wir kommen sehr schnell an den Punkt, wo diese Art von Zusammenfassung bewusst Fehler einbauen müssen, damit sie wieder menschlicher werden, diese E-Mails. Und indem irgendwie Reime auftauchen, dann bitte mich irgendwie auf so Kontaktliste löschen und irgendwie, ja. Apple hat gesagt, dann bist du erfreut, also, der würde da nicht kommen, hieß es, glaube ich. Ja, du nimmst dann Smart Reply, so, no. Und dann mit dem Nachfrage, willst du einen Uber nehmen? No, no, null People. Ein plus one, minus one. Ich fand die E-Mail sehr gut von Konstantin, der sich furchtbar aufregt, weil diese ganz flach Pfeifen, das nicht auf die Reihe kriegen, ihre verdammten Fick-Dateien richtig zu benennen. Und die ist ja eigentlich, das ist eine gute E-Mail. Also, weil ich meine, das ist ja nur eine ernsthafte Schande. Bitte abschicken. Und jetzt mal, mach mal den nächsten Schritt, was dann rauskommt. Da kommt ein total glatt gebügelter Dreck aus irgendwelchen Floskeln raus. Ja, ja, diese schöne Zeile mit irgendwo, der richtig schimpft, heißt dann irgendwie so. I kindly request you. Ja, was ist denn das für ein Scheiß? Das ist bedauerlich, das stimmt schon. Das ist wirklich bedauerlich. Wir brauchen mehr ehrliche E-Mails. Ich meine, wir kennen das ja aus den Gerichtsprozessen, wie die E-Mails intern bei Apple hin und her gehen, wenn der Schiller auf Fahrt kommt und nicht, wenn der Schiller im Flugzeug sitzt oder so. Also, es gibt den Image-Playground, wo sie so ein bisschen Bildgenerierung machen. Und sie haben halt, wie heißt das Tool von Adobe, war das Firefly? Ja. Die hatten auch so ganz früh schon so ein Ding, weil in Mid-Journey musst du halt irgendwie Romane reinschreiben und so. Und dann hatte Firefly als erstes, glaube ich, auch so ein Ding, wo sie dir halt Vorschläge machen. So, willst du jetzt, willst du mit mehr Luftballons oder willst du, dann hast du so Knöpfe, wo du halt mehr solche Elemente reinklicken kannst in deinen Prompt. Oder du schreibst halt den Prompt von alleine und dann generiert er dir halt das Bild. Ja. Gibt es jetzt schon genug davon? Es gibt Mid-Journey, es gibt Dali, es gibt sonst was. Stable Diffusion und so weiter. Aber war das jetzt nötig, dass Apple das einbaut? Ja, also weil das hat ja durchaus das ein oder andere problematische Bild rausgehauen. Ja, also auch in der Keynote hat das vor allem das ein oder andere problematische Bild rausgehauen, weil diese Horrorshow von Bildern, die da präsentiert wurde, ich meine, das war schon, also ganz, also, das ist schon ganz fieses, fieses, fieses Zeug gewesen. Guck dir mal den Hirsch in dem Wald an. Guck dir mal den Koala-Bären an, der ist der Hit. Okay, also warst du schon ein großer Fan? Du bist sofort großer Fan. Ja, es ist ja echt eine interessante Frage, weil die Integration, diese direkte Integration halt diesen Ausschlag gibt nicht, war das Ding halt zu benutzen. Und niemand fängt ja an, irgendwie halt so einen Drittservice zu bemühen und da irgendwie Sachen reinzuholen. Also Apple setzt halt genau den Hebel an, den sie ansetzen können, halt das direkt zu integrieren. Und ich verstehe halt die Einschränkung, dass sie halt so wenig unproblematische Bilder da rein generieren wollen, wie möglich. Und deswegen begrenzen sie das Ganze auf drei Stilarten und machen halt super generische, total familienfreundliche Bilder draus. Und das, ich weiß nicht, ob wem ich die schicke und ob ich dann irgendwie, also ich weiß schon, wem ich die nicht schicke. Ich weiß auf jeden Fall, wem ich die schicke. Dann schlägt die Antworten. Deine Gedichte will ich nicht haben. Dann schicke ich dir so eine Katze zurück. Hör dir mal die Katze an. Das ist doch super. Fast, die kriegt nonstop von mir Gen-AI hier, Apple-Intelligence-Bilder. Aber ich meine, ihr braucht ja überhaupt nichts sagen. Ganz im Ernst, ich brauche bloß drei Minuten rausgehen und mich ein bisschen bewegen. Drei Sekunden später kriege ich irgendeinen Quatsch-Tap-Back auch von der Uhr. Es ist schön, im Freien zu trainieren. Ihr seid die allerersten, die den ganzen Tag solche Bilder machen. Du entlarvst uns sehr schön, weil wir lachen da auch drüber und dann nutzen wir das den ganzen verdammten Tag lang. Ja, Mann. Es ist sehr, 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 entlarvst du uns wirklich. Also deswegen, ja, ich werde euch Katzenbilder dann schicken, weil es halt direkt von dieser verdammten Tastatur ausgeht. Und es ist halt ein interessanter Ansatz und ich glaube halt schon, es sind noch viele, wie sagt man denn, Mainz-Köpfe werden explodieren, weil ich glaube, ganz viele Leute fasziniert selbst das noch sehr. Also ich glaube wirklich, das ist noch nicht so weit verbreitet, wie wir denken. Und wenn du halt 50.000 Bilder von einem Familienmitglied hast und du kannst dieser verdammten Ehrer sagen, mach mal hier den als Superhero. Und das funktioniert halt, also so. Das war mal ein Pick von dir. Das war noch ein Pick von dir, dass du dich in den GTA reingesetzt hast. Das ist halt zweieinhalb Jahre her oder so. Aber egal, zweieinhalb, sehr lange Jahre fühlen sich die an. Aber ja, das ist, es wird halt funktionieren. Das muss, also das glaube ich schon, dass du mit diesen einfachen Worten und es sind halt so Wegwerfbilder, muss man halt auch sagen. Das sind halt nichts, was du dir ausdruckst oder was du irgendwie aufhebst, sondern es ist halt für so ein Chat-Gespräch ist es halt so, das scrollt halt nach oben durch. Und dafür ist es gut. Also wenn es halt so ein bisschen, es kriegt ja schon, oder der Perspektive kriegt es halt schon eine persönliche Note. Genau, wenn du halt die Gesichter von deiner Fotomediathek da reinkleben kannst, dann ist halt Leo mit der Kochmütze und die Katze und alles zusammen. Und es ist in zwei Sekunden weg. Das scrollt schon nach oben durch. Also ich mache das ja heute schon. Ich habe da vor ein paar Sendungen über dieses Face-Swap-Ding, diesen In-Swap-Er geredet. Und das benutze ich die ganze Zeit für genau diesen Scheiß. Das ist nur viel aufwendiger. Ich gehe halt hin und sage, okay, ich möchte jetzt das Gesicht von Person XY auf irgendein Witzbild drauf haben. Dann suche ich mir erst das Witzbild, schiebe das durch In-Swap-Er durch mit dem Gesicht von der anderen Person, schicke das zurück. Ich brauche zehn Minuten dafür. Alle anderen arbeiten. Ich mache das am Wochenende meiner Freizeit. Und plötzlich kann ich halt solche Sachen machen. Und natürlich, da erinnert sich nach drei Minuten keiner mehr dran, dass es dieses Bild gab. Aber muss man ja auch nicht. Und sie haben das Ganze halt an ein Standardsystem, Zeichenwerkzeug auf dem Pencil gelegt, dass du halt sagen kannst, in Notes oder irgendwo, hier machen wir diesen Sketch, schieb den mal da durch. Und greif dir halt Informationen, die sonst so aus dem gleichen Screenshot quasi auch rauskommen. Da machen sie ja schon fast das Ding, dass du halt aus dem aktuellen Bildschirmkontext Text rausgreifst und das dann dort in das Prompt reinschiebst. Und das passiert auch sowieso sonst. Ja, also wenn du, ich weiß nicht, wie inzwischen so Hausaufgaben aussehen, aber wenn du mal, machen wir hier ein Bild von einem indischen Tempel rein, ja egal welcher. Das muss nicht echt sein. Ja, ja, also das ist natürlich auch dünnes Eis unterm Strich. Also die Demo war nicht verkehrt natürlich. Und die Idee, dass du natürlich schnell aus irgendwelchen Skizzen und Kontext abhängig dir so kleine Bildchen für irgendeine Präsentation erstellen lässt, ist natürlich eine lustige. Wie gut das dann tatsächlich praktisch funktioniert und welchen Anwendungszweck das dann hat und wie sinnvoll das halt ist für eine Präsentation halt so ein irgendwas Bildchen von irgendeinem Fantasy Tempel da reinzubauen. Ist echt eine andere Frage, aber es stimmt schon. Also der Punkt, dass das halt einfach sofort zugänglich ist, dass du das, dass du halt nicht groß mit Prompts irgendwie hantieren musst und dass du halt die deine praktisch deine Freunde, Familien, Fotos und alles Mögliche halt als Vorlagen nehmen kannst sofort mit zwei Klicks oder Tipps. Und das ist natürlich schon, das macht es natürlich schon sehr mächtig als Werkzeug. Genauso wie diese, wie haben sie die genannt, Genmojis. Emojis fand ich, war schon schimmig schlimm, was ich letztes Mal gesagt hatte, aber Genmojis ist überhaupt nicht so furchtbar. Aber das Konzept ist natürlich nicht verkehrt, dass du einfach, ich meine Emojis sind ein offensichtlicher Hit und dass du einfach dann dir so einen dämlichen eigenen Emojis wirklich beliebigsten Formen halt generieren lassen kannst, das ist schon nett. Ich meine, das sind natürlich keine Schriftzeichen dann, sondern halt irgendwie so, so ange, ja, die sind eigentlich wie Formatierungen, oder? Ja, das ist, was sie jetzt benutzen, auch insgesamt, also das funktioniert jetzt erstmal so in iMessage, ja, und das sonst halt müssten, andere Apps müssten sich da halt irgendwie mit arrangieren, wie das dann funktioniert. Aber es ist halt so quasi Rich Text und Rich Text kann halt normalerweise so Formatierung, Unterstreichung, Fett oder Kursivdruck oder sowas enthalten. Und da kleben sie jetzt halt auch diese Bilder mit rein. Und aktueller Zustand in der Beta ist zumindest, dass die am anderen Ende, wenn es nicht auch die Beta ist, einfach fehlen. Wie das immer so ist bei diesen iMessage-Funktionen, die tauchen dann entweder gar nicht auf oder halt in alter Form oder halt als, ich glaube, die Sticker waren, und der erste Fall wurde dann einfach irgendwie auch ein Nichts, dieses Bild kann nicht angezeigt werden. Ja, aber es kommt einfach nichts, es ist auch kein Fragezeichen, sondern einfach fehlt, ja. Okay. Und da werden auch jeweils eine Reihe von Varianten, wird irgendwie erzeugt, und klarer Gewinner ist offensichtlich das Squirrel-DJ. Denke ich auch. Natürlich. Denke ich auch. Damit hatten sie mich dann schon, weil ich brauche offensichtlich ein Squirrel-DJ-Emoji, also. Selbstverständlich. Sieht auch gut, die sehen zumindest auch ziemlich nett aus, unterm Strich fand ich. Also da passt irgendwie dieser Stil und das, was da rausfällt, sieht zumindest so aus, dass ich glaube, das lustig genug ist und Anwendung genug findet. Ja, und wie es halt dann sonst in andere Apps reingeht, kannst du die dann, also wenn es jetzt nach WhatsApp oder irgendwas hingeht, kriegst du es dann auch als Sticker raus, oder wird das als Bild in das WhatsApp reingeliefert, oder wissen wir noch nicht, ne? Unklar. Also mir ist es unklar. Aber ich nehme an, das wird, so insgesamt wird das wahrscheinlich schon ein Hit. Ja, also das ist, auch wenn du jetzt nur die, also jetzt Beispiel hier so Smiley mit, Entspannungs-Smiley mit Gurken auf den Augen. Ist es nur Entspannung oder auch, wenn du einfach Gurken auf den Augen hast, weil du nixst? Ja, denke ich auch. Das ist ja alles Auslegungssache dann. Aber solche Kombinationen sind ja durchaus lustig. Es gibt so einen oder anderen Twitter-Bot, gab es mal, der so Emoji-Bestandteile zusammen gemixt hat und dann wieder ausgegeben hat. Ist natürlich auch lustig, was dann damit für Quatsch getrieben wird. Man erinnere sich daran, was die Leute für lustige Sachen gemacht haben mit den kleinen Mies auf der Nintendo. Wie man da lustige Gesichter drauf zaubern konnte. Ja, was halt das Internet macht. Ja. Ja, ja, nee, also das ist halt, ja, also so Durchscroll-Content halt. Und dafür ist es, glaube ich, sehr passend, da sich da ein bisschen unterhalten zu lassen. Weil das Ganze ist ja die Unterhaltung. Also daher ist das, glaube ich, sehr passend dort aufgehoben. Und diese, ja, ich muss immer noch mal wieder betonen, wie das ist halt direkt unter deinen Fingern halt zugänglich. Das macht halt den erheblichen Unterschied. Also dann verwendest du das Zeug halt auch. Ja, dann hatten sie für Fotos, da laufen sie jetzt aber auch der Konkurrenz deutlich hinterher. Für die Fotos hatten sie halt jetzt so ein Objekt aus dem Hintergrund entfernen. Das ist ja bei Google seit Jahrzehnten, glaube ich, drin. Also auch nicht so ewig. Es wird halt vermutlich sehr gut sein. Ich habe es noch nicht selber ausprobiert im Vergleich. Weil das, also ich persönlich finde so die Usability bei Google, da ist Luft nach oben. Und das kann Apple natürlich besser. So Magic Eraser-Sachen, ne? Das ist das ja. Das kommt halt for free quasi mit, mit dieser ganzen AI. Ja, ja. Und das ist halt auch so eine Geschichte. Also Dritt-Ups können das auch ganz gut schon unter iOS. Und die sind halt nicht integriert. Und wenn du es halt integriert hast, ist es auch wieder so ein Aspekt, wo du sagst dann irgendwie so, ja, dann, dann, also, ja. Ich gehe auch davon aus, weil das Dritt-Ups schon ganz gut können, dass das auf dem Gerät selbst dann auch ganz gute Ergebnisse liefert. Ja. Ja. Mehr oder weniger systemweite Transcription-Geschichte, so für Voice-Memons und für Anrufe auch, ist durchaus interessant. Es ist alles leider noch nicht drin, ne? Ja. Also ich habe es alles ausprobiert. Es ist halt diese Beta, irgendwann müssen wir es sagen, halt, es ist halt noch sehr, sehr spärlich beschückt. Deswegen läuft sie halt auch fantastisch. Also bei mir läuft sie, also nach dem ersten Reboot hatte ich echt Angst, weil da nichts ging. Also der stand und hat irgendwie, ist heiß geworden und hat Passwörter, weißt du, sortiert und weißt du, ja, ja. Das ist so die erste Sache, die ich aufgemacht habe. Aber danach halt perfekt. Keine App, die nicht startet. Es ist einfach, einfach so eine erste Beta, glaube ich, seit Jahren nicht gehabt. Und nochmal die gleiche Frage, so war das clever, das in dem Zustand, also jetzt so anzukündigen, weil sie, oder andersrum, sie haben sich selbst in diesen jährlichen Zyklus eingesperrt und jetzt müssen sie zu diesem jährlichen Zyklus irgendwas rausbringen. Und die neue iOS-Version kommt im Herbst mit den neuen Telefonen daher. Und jetzt haben sie halt ein Jahr erwischt, wo sie einfach hin und vorne nicht fertig sind. Die können jetzt im Herbst schon auch irgendwas shippen, aber dann ist halt der ganze neue Kram mit der Intelligence nur auf Englisch in den USA. Auch nicht mal UK, sondern USA. Also wenn du musst deine Systemsprache schon auf US-Englisch gestellt haben. Und was dann, ich weiß, funktioniert halt auch die, ich weiß nicht, Genmoji, funktionieren die dann auch auf UK-Englisch, wenn du deine Systemsprache dann auf UK-Englisch hast oder auch nicht? Das ist mir auch alles noch unklar. Das werden wir sehen, sobald sich halt die zumindest erste Sachen davon testen lassen, was ja im Moment nicht der Fall ist. Also ich meine, die Betas enthalten ja einfach gar nichts von Apple Intelligence. Also das gibt es einfach nicht im ersten Beta 1. Was denn leiser knuspern? Ja, viel leiser knuspern. Ah, jetzt hätten wir so ein Eichhörnchen mit so Keksen, hätten wir gleich erzeugen sollen. Ja, sofort Genmoji generiert. Das wäre der Hit gewesen. Ja, so ein Hamster mit den dicken Backen. Oder Hamster, besser. Ups. Ups.